Wie viel Angriffssteiger habe ich denn inzwischen? Ah, 36%! Hey, es geht voran! Am Anfang hatte ich noch 35%. Du, as geht. Kein Invection, keinen Schnaps und keinen Kaffee. Gab es heute noch Baguettes? Ja, heute hatte ich tatsächlich Baguettes. Woher weißt du, was ich zu essen hatte? Irgendwas muss ich wachhalten. Irgendwie muss man sich wachhalten. Ich will nicht wach sein. Ich mache geschlafen. Das ist doch schön. Du liegst da und schläfst und bekommst nichts mit. Das ist doch schön. Wer will denn wach bleiben? Ich bitte dich. Oh nein, das läuft schon mal nicht gut. Ich muss ja endlich mal irgendwas erobern. Irgendwas. Ich habe ja nur die Hilfe. Gibt nichts Schöneres als schlafen. Das ist richtig oder so Baguettes. Kauensmarsch. Ja. Ohne Kamera koche ich euch was. Gibt es da nur Ton? Ihr hört dann Töpfe. Du isst doch immer den gleichen Ranz. Wieso esse ich immer den gleichen Ranz? Hä? Wenn ich heute Baguettes geessen habe, esse ich immer den gleichen Ranz? Was naberst du? Bloß, weil ich jeden Tag den Boden zusammenkehre und dann das esse, heißt das nicht, dass ich immer das gleiche esse. Liegt dir immer mal einen anderen Dreck auf den Boden. Ich hatte schon länger keine Baguettes mehr. Abgesehen davon, Spaghetti kann man jeden Tag essen. Über Wochen hinweg. Und wer was anderes behauptet, der lügt einfach. So, könnten wir es mal bitte gewinnen. Danke. Und dass er keinen Bauern schneidet. Echte Igel essen Schnecken. Tatsächlich essen Igel gar nicht mal so viele Schnecken. Die sind mehr an Käfern und sowas interessiert. Und gleich sind natürlich auch Schnecken fressen. Gut, aber zur Not fressen Igel ja auch Aas, von daher. Was sie aber nicht essen, ist Obst. Auch wenn das gerne geglaubt wird, denn das können sie gar nicht verdauen. Kuhmilch übrigens auch nicht. Da kriegen die Durchfall von. Die sind nämlich sehr intolerant gegenüber Laktose. Die kleinen Rassisten. So, können wir jetzt wieder gewinnen. Oh, danke. Brenne, brenne, du verdammtes Lagerhaus. Brenne, es brennt. Ach, wenn es brennt, soll man es brennen lassen. Oh, da ist sogar Gold drin, geil. Gold. Das war doch ein durchschlagender Erfolg mal. Oh, da ist noch ein Lagerhaus. Das riecht auch gerne noch brennend. So, wie der rum geht. Spricht der Doktor Biologikus? Oh Gott. Ob Igel schmeckt? Igel isst man doch nicht. Das ist schon mal im Igel überwinter. Nein. Wir hatten zwar schon mal welche im Garten. Was ich doch bei meinen Eltern gewohnt habe. Aber war fett genug, um selbst zu überwintern. So, was habe ich denn da noch? Oh, noch ein Hauptmann. Ja, geil. Greif an. Dann brennen wir gleich noch mehr nieder. Ein bisschen hier Arbeit für die Feuerwehr schaffen, aber sagen anzünden. Aber diese Lagerhäuser hier wegbekommen. Jetzt habe ich nicht gespeichert, bevor der da war. Das ist ein Unteroffizier. Immer noch 36%. Ich hätte auch gerne dieses Lagerhaus noch in Flammen gesehen. Wie sieht es aus? Das läuft doch schon mal gut. Kommt der Film eigentlich auch aus der Region? Nein. Der kommt aus dem Ausland. Aus Ostdeutschland. Ja, aber das ist ja in Norddeutschland, wo du bist. Ich komme ja aus Süddeutschland. Ach, ein Leutnant muss das sein. Ja, das fängt gut an. Geht nicht so gut weiter und dann habe ich das. Das verliere ich. Na geil. Ich glaube, dieses Warenhaus brennen sehen. Alles außerhalb Franken ist Ausland, deswegen wohne ich ja auch im Ausland inzwischen. Das ist irgendwie merkwürdig, wenn man Leute im Chat hat und die tatsächlich Dinge fragen. Was ist denn los? Das ist Feiertagabend, das hat nichts zu tun. Was ist denn mal? Hoppys und Freunde. Das ist verschrecklich. Na, da gehe ich wieder. Oder guckt einen guten Film. Einfach mal einen guten Film gucken. Einfach mal einen guten Film gucken. Oder vielleicht einfach mal bei einem guten Streamer gucken. Das ist doch auch was. Das wäre doch auch mal was. Schade auf die Idee, ich weiß. Oh, ich gewinne. Und das brennt auch. Das brennt auch. Das brennt auch. Ich mag es ja, wenn Häuser brennen. Auch in der Realität immer wieder ein schönes Ausland. Nein, ich zünde natürlich keine Häuser an. Ich schaue nur zu, wie sie abbrennt. Gut, ist da auch Gold drin? Ah, eins. Gut, wo haben denn die noch ein Warenhaus? Die haben doch bestimmt noch irgendwo ein Warenhaus. Oh, die haben da eine Goldschmalze. Das müsste auch mal weg. So, was mich zur nächsten Frage bringt. Da ist noch ein Warenhaus. Da war ein Warenhaus. Da war ein Warenhaus. Und da war auch ein Warenhaus. Da ist noch ein Warenhaus. Und das gehört nicht mir. Was ist denn da, das drin? Ein Hauptmann. Sehr gut. Da sind schon wieder drei drin. Aber da ist noch einer drin. Erstmal sichern. Doch, so weiter drüben. Welcher Film ist gut? Moment. Ich weiß auch nicht, wie ich hier gelandet bin. Das ist einfach so passiert. Da klickt sie auf YouTube und schon ist man hier. Welcher Film ist gut? Ich weiß nicht. Erstmal mit Aliens. Jetzt könnte ich mal wieder gucken. Moment, jetzt habe ich letztens geguckt. Was habe ich da für nichts? So. Oh, da sind auch Hauptmänner drin. Da könnte ich ja mal. Mal gucken, wo ich mir am besten zuschlage. Jetzt erst mal mehr Lagerhäuser niederbrennen. Oh Gott. Ja, geil. Guck euch mal den Hauptmann an. Ja, der gewinnt natürlich. Der Hauptmann gewinnt. Aber offensichtlich. Aber ich will dieses Lagerhaus auch noch weg haben. Ich finde es schade, dass man nicht erobern kann. Dann hätte ich auch noch sein Gold. Das wäre geil. Moment mal. Wenn der Gold verliert, müsste auch seine Power nach unten gehen. Seine Doku mit Delphino. Oh Gott. Das wirst du wirklich nicht wissen. So. Was wollte ich jetzt tun? Richtig nochmal angreifen. Ja. Hört er mich an? Nein, er ist gerade verwirrt. Alter, wie viele Lagerhäuser der hat. Und wie viele Ressourcen hier rumliegen. Man kann sie nicht erobern. Siegler 3 könnte man sie klauen. Das war irgendwie cool, die Idee. Das ist ein mächtigen Lagerhäuser. Langsam wird es krank hier im Chat. Ich speichere nochmal, damit ich nicht gleich wieder so lange warten muss. Das ist komplett am Ende. Ich bin kein Psychiater für sowas. Kann ich da überhaupt einen Weg hinbauen? Gute Frage. Ich würde fast sagen, nein. Das gibt es doch nicht. Ich brauche dieses Lagerhaus. Also ich brauche es nicht. Ich kann es ja nicht erobern. Kein Freund von Schlüpflichkeiten. Ich bin generell kein Freund von gar nichts. Ich sitze den ganzen Tag nur zu Hause und gucke an die Decke. Das ist mal die ganze Woche. Bis auf Freitag und Samstagabend. Das streame ich. Aber sonst... So, können wir jetzt mal gewinnen. Wie sieht es aus? Nein. Ebulator sagt nein. Ebulator sagt nein. Sag ich doch. Außerdem fühlt man sich Essen nirgends wo ein, sondern erst isst man. Irgendwie schläglich. So. Da oben. Kurz abwesen geistig. Als ob ich geistig anwesen wäre. Geh ich gewinnen. Gewinne ich? Nein. Ich gewinne. So absurd. Völlig absurd. Das hier ist der katholische Jungfrauen-Chat. Einführend hat keiner gesprochen. Was machst du denn sonst mit einem Lauch? Also bin ich nicht katholisch, sondern aus der Kirche ausgetreten. Muss ich keine Kirchensteuer zahlen. Gierlichen Mistzäcke. So, können wir jetzt bitte mal gewinnen? Das sieht doch schon mal aus, als würde ich gleich gewinnen. Und ich gewinne auch. Mal abwesen, was hat denn jetzt das Ferkel damit zu tun? Willst du da den Lauch einführen, oder was? Die sind doch alle krank im Kopf. Können die einfach hergehen und ferkeln den Lauch einführen? Das geht doch nicht. So, wahrscheinlich noch ein Hauptmann drin, oder? Nein, nur ein Leutmann. Dann geht das ja noch. Apropos gehen. Oh, oh. Irgendein Lagerhaus hatte Gold drin. Das macht Eindruck. Je, und tschüss. Ich bin auch ausgetreten. Achso, du meinst, aus der Kirche ausgetreten. Ich dachte jetzt, in anderen Hinsicht ausgetreten. Okay. Ja, ich habe eine Siegerung und ein weiteres Warenhaus von ihm angezündet. Und ich kann das Ding nicht hier hinbauen. Aber da ist Gold drin, also kann ich es auch nicht abreißen. Das ist Kacke. Immer noch 36 Prozent. Hey. So, kann ich da hinten angreifen? Nein. Doch, ich könnte da angreifen. Läust du, läust du für ein Bild rum, oder greifst du an? Er greift nicht an, nein. Oh Gott, er greift schon wieder an. Oh. Er hat keine Rohstoffe mehr, dann brauche ich ein anderes Goldwerk. Was bist du denn? Du bist kein Gold. Was denn? Ach nein. Du denn das, no. Er greift mich schon wieder an. Ich dachte, ich hätte ihn so ein bisschen gedämpft mit meinen, ähm, mit meinen, ähm, Lagerhausbränden. Aber, ähm, das ist nicht so. Wie wir schon sehen, wenn Gold in Feuerregen steckt. In alle Sühnen. Wenn ich Gott haben will, dann spiele ich Binding of Isaac. Weil da gibt es doch einen Devil, ne? Okay, ich brauche eine neue Goldmine. Was ist das jetzt? Ich muss eine neue Goldmine. Ich hatte doch bestimmt mal irgendwo noch eine Goldmine markiert. Was bist du denn? Du bist Kohle, okay. Du bist auch Kohle. Du bist Eisen. Ich bin sicher, ist da noch irgendwo Gold. Gold? Ich will kein Gold mehr. Was bist du denn? Du bist auch Eisen. Ähm. Okay. Ähm. Vielleicht soll ich erst mal... Oh Gott. Ja, geil. Ich seh schon. Wir werden heute nicht viel schaffen in Siedler. Laden hat auch schon zu. Ich kann mir keinen Wodka kaufen gehen. Könnte hier noch Gold sein. Was ist jetzt hier? Hat der irgendwo Gold hier? Nee. Nee. Das war alles weiter rechts. Wohin der sein Gold gewesen? Das ist ja da drüben irgendwo. Da. Das Gold. Äh. Wie viel Geolagen habe ich denn? Zwei. Schick die mal dahin. Soll mal Gold suchen gehen. Ähm. Nicht, dass das Großhaus bringen würde. 275 Barren und gerade mal nicht mal 40 Prozent. Ab zur Tanke. Hier ist doch, hier ist eine Tanke in der Nähe. Sogar zwei Stück. Verrückte Sache. Verrückte Sache. Nein. So weit sind wir noch nicht. Aber ich gehe doch nicht nachts um Viertel elf an die Tankstelle, um mir Wodka zu kaufen. Ich trink gar kein Alkohol. So. So. Reiß mal den Weg da mal ab. Den reißen wir auch mal ab. Die Flagge kann ich nicht abreißen. Danke. So. Kauf dir was Schönes und dann machen wir reißen. Die knallt sich ins Jenseits. Aha. Mhm. Ich kann sie mal auf meine Amazon-Wunschliste setzen. 50 Liter Schnaps oder sowas. 50 Liter Rumfass oder was weiß ich. Whiskyfass. Aber warum soll ich mir denn da Schnaps dafür kaufen? Ich kann mir doch auch schlafen. Ach komm schon. Was soll denn der Mist jetzt? Ich gehe überall. Okay. Das ist Kohle. Kohle hatte ich noch irgendwo Reserve. Zum Beispiel hier. Kohle habe ich als Reserve. So schon mal etwas. Jetzt können wir jetzt wieder gucken. Was macht der Kampf? Nein. Ach zu spät. Musst du aber auch trinken. Ja. Da ich keine Kamera habe, kannst du eh nicht nachweisen, was ich da trinke. Von daher könnte ich mir wunderweise was drin reinschütten. Ich kann mir auch blutorangen Limonade reinschütten. Ich komme jetzt auf blutorangen Limonade. Ich habe keine Ahnung. Mein Gehirn funktioniert wie ein Flipperautomat. Ich habe kaputter Flipperautomat. Panzer General 3D würde ich gerne mal betteln. Oh Gott. Ob Wasser oder Wodka. Du weißt ja nicht, was ich vertrage. Hat das ein Multiplayer-Panzer General 3D? Ich glaube, das hat ein Multiplayer. Ist das jetzt eine Herausforderung? Ich habe einen Multiplayer-Panzer General 3D. Und jetzt geht es noch mal. Ich habe einen Koffer-Panzer General 4D. Ich habe einen Koffer-Panzer General 3D. Ich habe einen Koffer-Panzer General 4D. Vielen Dank.